was geht ab mein lieben freunde und ein herzliches willkommen zurück hier zu einer neuen folge von age of empressiv divinity edition denn wir sind das letzte mal hier stehen geblieben und haben den marcus antonio schon mal ein bisschen gepiesackt und haben jetzt auf beiden seiten unserer unserer basis einen hafen damit wir die zwei seewege ein bisschen überblicken können und ja meine freunde wir werden jetzt weiter dem marcus antonio so ein bisschen piesacken damit wir schon mal ein bisschen weniger probleme mit dem haben dafür haben wir die verlagerungswaffen jetzt ein bisschen gebaut wenn die genaueres wissen wollt was alles noch passiert ist könnt ihr gerne hier oben einmal auf die infokarte drücken und dann könnt ihr euch die letzte folge haben ansehen und jetzt meine freunde werden wir da mal ein bisschen auf vormarsch gehen und ich hoffe es gefällt euch und wir sehen uns jetzt erst mal nach dem intro also bis gleich und bleibt dran so zwei darf man noch nach produzieren so das thema holz ist gerade nicht so das problem glaube ich es wird jetzt mit neun leuten relativ gut abgedeckt gesagt wenn die drei fertig sind wenn die auch noch auf holz gehen nahrungstechnisch sind wir eigentlich duper duper dabei eigentlich können wir ja das hier noch eben dann passt das gut steuerung 1 2 gut da kann ich ja mal so ein herr switchen so ihr könnt da eben gehen ne ihr greift alles soweit an was in dieser richtung geht ne ihr müsst da ganz schleunigst beiseite haben jetzt haben wir gleich große probleme wenn das thema aufkommt 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 Okay. Du dich da mal rum. So. Das könnte den gerne richtig ärgern. Oh doch, greift den mal sofort an. Nicht dahin gehen. Du bist zu nah dran. Bleib doch mal weg da. So, langsam. Da vorne. Genau. So, dann kommen die nächsten. So. Vorsichtig sein. Sofort die Kaserne. Sofort. Eindeutig sofort die Kaserne zerstören. Aber der meint mich weiter zu ärgern mit seinen kleinen. Sofort. 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 Polter bitte. So, da werden wir jetzt schon angegriffen. So, weg, 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 weg. So, da müssen wir auch... Okay, wir werden von irgendwas angegriffen. So. Ihr gebt euch da mal an dem Waldrand flank vorbei. So, wir kriegen jetzt gleich schwere Katapolte. So, da ist der nächste Turm. Junge, der hat auch viele Türme hier stehen. Ne, wir haben auch viele Türme eigentlich hier stehen bei uns. Das ist eigentlich relativ gut. Gut. Hola. Erforsch du das mal. Wir beide gleichzeitig erforscht werden. So. Ihr macht dir immer Platz hier. Du bleibst nicht so weit da vorne. So, zwei. Den Turm. Eins. Macht euch da was. Macht euch da was frei. Gut. Das sieht schon mal sehr gut aus. Das läuft alles. Hier könnt ihr euch bergenden und den nächsten. Jetzt könnt ihr gerne das zu einmal angreifen. So. Sehr schön. Damit haben wir dann richtig schön. Und jetzt könnt ihr... Back, 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 back. So, fuck. Du bist ihm big. So, jetzt könnt ihr gerne von mir aufs Saalange einmal angreifen. So. Das Dorfzentrum weg. Ihr beide könnt da einmal hinterher. Das läuft jetzt nochmal sehr gut. Damit haben wir das erste Dorfzentrum damit zerstört. Normalerweise. Genau. So, ihr habt nichts zu tun. Oder wartet doch. Ihr könnt hier vorne mal eine Lagergrube bauen. Einfach nur so als Hoffnung. So. Die sind fertig. Gut. Dann können wir ja... Vier Stück... Hier bauen. Und... Zwei Stück da. Das Regierungsgebäude können wir auch mal zerstören. Brauchst du gar nicht versuchen. So. Die Schiffe sind... Werden gerade fertig gemacht. Sehr schön. Sehr schön. Marco Antonius gibt es bald nicht mehr. Und der hat tatsächlich da noch eine Kaserne. Ich hätte es ja nicht gedacht. So. Ey Jungs. Ihr sollt euch um Gold kümmern. Danke. Ich wundere mich, dass der Feind das Gold nicht abgebaut hat. Hä? Wo wollen wir denn jetzt einmal hin? Wundern wir. Ja, unser Schiff ist wahrscheinlich kaputt. Und noch ein paar andere Schiffe jetzt. Gut. Die Kaserne ist damit dann auch gleich fertig. Also weg. Gut. So. Wie viele Türme der hier stehen hat. Das ist ja unglaublich. Sehr gut. Gut. Was war das? Gucken wir mal. Okay. Oh Gott. Das ist ein Geschützturm. Aber der wird trotzdem nicht lange halten. Das ist gut zu wissen. Sehr schön. Das heißt, da vorne muss irgendwas sein. Bing. Jetzt mal Segel da vorne hin. Da ist tatsächlich noch ein Schiff. So. Und ihr. Die geht mal in die Richtung. Gucken, ob die was. Ob ich hier was finde. Da ist ein Krokodil. Ein paar mehr Krokodile sogar. continually- Oya. Äh. Äh. Aua. jetzt wird es zu bunt muss man das ding kaputt jetzt auch neue schiffe auf dieser seite bitte so frage ich mich ja von wo der andere feind kommt das nächste Dorfzentrum müssen wir auch noch zerstören wir schwimmen mal hier runter muss ja irgendwie das ist tatsächlich ein bisschen land ägyptische streitkräfte so glaubt ja wohl nicht dass du glaubt ja wohl nicht dass ich mich mal gegen schiffe einhalten könnt so das schiff wirst du nicht bekehren ok das wird richtig lustig so hakt euch doch jetzt nicht ein was soll denn das ok das kriegen wir alles das läuft soweit das schiff wird gebaut dann können wir nämlich unsere Belagerungswaffen darüber schicken so gut da kommen noch ein paar ohne schiffe das ist super noch ein bisschen platz so guck mal raus hier danke so sammelt ihr euch alle mal auf dieser seite du kommst jetzt dahin du bist ja schon wieder von einem Bogenschützen geschossen was wollt ihr das ja also marco antonis haben wir zwar noch nicht ganz besiegt aber ja komm schwimmen da erstmal hin ein dorfzentrum ist besiegt ja aber der das heißt ja nicht dass die der feind besiegt ist ne machen wir gleich anders so hier geht alle da rauf gut komm auf da was hakt ihr euch denn jetzt da fest was seid ihr mit Dullis einfach dahin und gute hier haben wir noch ein Land mit Gold und so war doch uninteressant bei der der feindlich ist ok die sind da voll am hacken das ist gar nicht mal so blöd hier ist schon mal ne gute Flotte ich hoffe mal dass das ist ok ok das Schiff wird schon mal hier ist da hier ist Invasionen geglückt würde ich mal sagen und direkt den Tempel zerstören was brauchst du gar nicht versuchen das wirst du schön lassen bleiben oh nein ich sehe jetzt schon wieder gebracht Tjomei keine Lust drauf gut geht zurück, geht zurück, geht zurück und sofort Alter hat der einen Schusskreide gerade gehabt so meine Freunde das läuft auch hier alles wie geschmiert eigentlich und den nächsten so wo man eben wegschießen oh der nächste so nächste Kaserne wegschießen gut meine Freunde wir sind eigentlich relativ gut dabei den Feind hier zu zermürben jetzt wird erstmal auf Pause gedrückt denn die Folge ist leider vorbei meine Freunde in der nächsten Folge werden wir dann die ägyptische Streitkräfte erstmal auseinander pflücken und dann kommt K.J.Porter selbst dran ja meine Freunde also das hat eigentlich relativ gut geklappt heute Marco Antonius ist weg der kann uns nicht mehr gefährlich werden auch wenn hier noch irgendwie angezeigt wird ich glaube wir hatten noch ein kleines Schiff oder so was da drauf auf dem auf der Fluss schuppert und ja meine Freunde ich hoffe es hat euch wieder gefallen wenn ja lasst doch gerne eine Bewertung da da würde mich sehr drüber freuen ähm jetzt meine liebe Freunde könnt ihr natürlich gerne hier einmal über mir einmal mein Hauptprojekt Glossic euch anschauen euch äh werde ich euch die letzte Folge mal verlinken und äh junge Freunde natürlich immer schön hier auf der linken Seite natürlich immer die Playlist des jeweiligen Projektes hier jetzt natürlich Age of Empires wenn ihr noch ein paar Folgen nachschauen möchtet und ja meine Freunde wie gesagt ich hoffe es hat euch gefallen ne und ähm ich hoffe auch wir sehen uns in der nächsten Folge wieder wenn es wieder mal heißt Age of Empires die Divinity Edition und jetzt verabschiede ich mich von euch und sage Tschüdele haut rein ich bin herz und bis dann